Hi, mein Name ist Lena Achmadi Kuki und ich bin hier in der Brand New Halle. Zum ersten Mal darf ich hier ausstellen und ich stelle hier meine Boxsäcke aus. Und das Besondere an den Boxsäcken ist, die sind aus Kork. Genau, ihr kennt Kork aus einem Weinglas, aber dieses Material wurde quasi über sieben Prozesse so verarbeitet, dass man es irgendwie komplett auch knicken kann, wie ihr sehen könnt. Und es ist total reißfest, es ist wasserfest und ich zeige euch jetzt mal einen Boxsack. Und zwar kommt mal mit, das ist dieser wunderschöne Boxsack aus Kork. Der hat jetzt noch nicht die Originalfüllung, jetzt für diese Messe habe ich sie befüllt mit Plastik. Aber ansonsten kommen da Stoffreste rein, wie bei allen anderen Boxsäcken auch. Wir haben drei verschiedene Größen und ich wurde ganz oft gefragt, wie ich überhaupt dazu komme, Boxsäcke aus Kork zu machen. Und zwar betreibe ich seit 2008 einen Box- und Fitnessclub in Dortmund und biete das auch als Franchise an. Und alle drei Monate sind mir die Boxsäcke kaputt gegangen. Ich hatte erst welche aus Leder, weil mir war das wichtig, irgendwie gutes Material zu haben. Und Leder ist mir wirklich alle drei Monate komplett gerissen. Durch den Schweiß ist einfach die Oberfläche immer kaputt gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt mal mit Kunstleder probieren. Kunstleder ist das gleiche Problem. Wenn man die reinigt mit Wasser, gehen die halt auch irgendwann mal kaputt. Und dann bin ich irgendwie über drei Ecken auf das Kork gekommen. Und bin jetzt ganz stolz, diese hier ausstellen zu dürfen. Und es ist nachhaltig, es ist absolut trendy und wir haben ganz, ganz viele Kunden, die sich das in den Wohnzimmer gehangen haben. Genau. Das war es von mir. Vielen Dank und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit meinen Boxsäcken. Auf der anderen Seite zu finden unter www.q-key.de Vielen Dank.